Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Endivien-Gemüse. Aus Salat, hier die Endivie, lassen sich auch feine Gemüsebeilagen entwickeln. Das nebenstehende Foto zeigt das Endivien-Gemüse mit Schweinefilet in Morchelrahm und Kartoffelkroketten. Für vier Portionen werden folgende Zutaten benötigt. Drei bis vier große Endivien-Köpfe. Eins bis zwei fein gehackte Schalotten. Eins bis zwei Esslöffel Butter. 100 Milliliter Wasser. Frisch geriebene Muskatnuss. Frisch gemahlener Pfeffer. Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Schmortopf mit Deckel, Sieb, Messer, Schneidebrett. Zubereitung. Wenig gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Den Endivien-Salat küchenfertig vorbereiten und in grobe Streifen schneiden. Den geschnittenen Salat in wenig kochendes, gesalzenes Wasser geben und fünf Minuten blanchieren lassen. Den Salat durch ein Sieb abseihen, in kaltem Wasser abschrecken und mit den Händen gut ausdrücken. Die Schalotten in heißer Butter anschwitzen, das Gemüse zufügen, würzen und etwas Wasser zufügen. Das Gemüse etwa 10 bis 15 Minuten schmurgeln lassen, das Gemüse sollte noch einen Biss beim Anrichten besitzen. Das Gemüse abschmecken und servieren. Galerie. Das Gemüse beim Blanchieren und Punkt, nach dem Blanchieren. Besonders lecker als Beilage zu Fleischgerichte. Diese Varianten gibt es. Punkt, Punkt, Punkt. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Vielen Dank.